Hallo liebe Gäste und herzlich willkommen im Herzstück der AIDA Nova in unserem Theatrium. Ich stehe genau vor der Bühne, wo jeden Abend unsere exklusiven AIDA-Shows aufgeführt werden. Aber es ist natürlich nicht nur am Abend was los im Theatrium, sondern auch die Proben, die kann sich natürlich jeder anschauen oder einfach im Theatrium den Tag genießen. Entertainment hat natürlich viele Facetten bei AIDA und so gibt es neben dem Theatrium auch noch das Studio X, unser Fernsehstudio. Dort bieten wir Gameshows und andere Shows an, die Sie sich anschauen können und wo Sie auch aktiv daran mit teilhaben können. Und wenn Sie Karaoke mögen, dann ist die Rockboxbar genau das Richtige für Sie, unsere Karaokebar. Und abends für die Nachtschwärmer, da heißen wir Sie dann im The Cube in unserer Diskothek willkommen. Und auch am Tag gibt es viel in Sachen Entertainment zu erleben. So natürlich unser Activities, Deck, unser Four Elements, aber auch unseren neuen Mystery Room. Da geht es darum aus dem Raum zu entkommen und den Weg nach draußen zu finden und so ist es jetzt auch bei mir, denn ich muss auch den Weg nach draußen finden, zurück ins Büro. Denn es sind ja noch viele Wege verbaut, in vielen Bereichen versperren, gerüste den normalen Weg. Und so ist es immer ein kleines Abenteuer, den Weg dann wieder vom Schiff herunterzufinden. Und so sind wir auch die KC-KC KC 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 Untertitelung des ZDF, 2020